Utschmied, Frey, Cora, das sind die grossen Favoritinnen auf die Medaillen. Aber in welcher Reihenfolge, das ist noch nicht bestimmt. Und auch Geraldine Frey, obwohl sie so stark gelaufen ist, sie darf sich da keinen Fehler erlauben. Der erste Start geklappt und es ist Frey in der Mitte gegen Gutschmied, Frey gewinnt, Frey gewinnt vor Gutschmied und Cora oder Cora und Gutschmied. Das ist die Frage und die Zeit 7.19 für Geraldine Frey. Also sie zeigt noch einmal, wie souverän, wie stark sie ist. Also 7.20, es ist korrigiert worden, 7.20 für Geraldine Frey. Melissa Gutschmied 7.23 und Salome Cora 7.24.